Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es sich um ein Herzensthema von mir, nämlich Tierschutz. Und zwar, was ist, wenn ich einen Hund aus dem Auslandstierschutz bei mir zu Hause aufnehmen möchte? Ja, worauf muss ich achten? Und warum kann ich euch dabei helfen und euch Tipps geben? Ich habe selber seit 25 Jahren Hunde aus dem Tierschutz bei mir. Und meine kommen in den meisten Fällen immer aus dem Ausland. Deshalb kann ich euch jetzt mit Rat und Tat zur Seite stehen. Also, ich habe für euch drei wichtige Gründe, worauf ihr achten müsst, wenn ein Hund aus dem Auslandstierschutz bei euch einzieht. Regel Nummer 1. Bitte lasst die Hunde in Ruhe ankommen. Nicht vermenschlichen, nicht zu sehr verwöhnen und nicht den ganzen Tag rumlaufen und sagen, oh, ich darf jetzt nicht mehr Staub saugen, die Waschmaschine darf nicht mehr laufen, ich darf keinen Besuch bekommen. Ich habe es aus der eigenen Erfahrung heraus gelernt, dass Hunde, die aus dem Auslandstierschutz einziehen, erst mal Ruhe brauchen. Sie suchen sich ihre Rückzugsmöglichkeiten, sie nehmen irgendwann den Kontakt zu uns Menschen auf. Zwingt die Hunde nicht, mit euch direkt in die Freundschaft zu gehen. Es gibt solche und solche. Manche kommen sofort mit der besten Laune und mit überschüssiger Energie zu euch und sagen euch, hey, kommt, wir können direkt Party feiern. Es gibt aber auch die zarten Seelchen, die da sitzen und sagen, das ist mir jetzt im Moment alles zu viel, also lasst sie. Es reicht, wenn sie ein Körbchen haben, wenn ein Spielzeug da liegt und wenn ihr ihnen das Futter hinstellt und sie wollen es noch nicht sofort nehmen, habt Geduld. Ganz wichtig ist auch, ihr dürft den Hund nicht ständig bemitleiden. Also, wenn er aus irgendeiner Tötungsstation kommt und hat schon Schlimmes erlebt, hilft das dem Hund sicherlich nicht, wenn ihr die ganze Zeit rumlauft und sagt, oh, du Armer, du hast so Schlimmes erlebt und jetzt werde ich es dir besonders gut machen auf diesem Erdball. Nein, der Hund lebt im Jetzt. Gebt ihm das Gefühl, dass ihr ihm als stabiler Partner an der Seite seid. Hunde bemitleiden sich untereinander auch nicht. Also, oder habt ihr schon mal einen Hund erlebt, der draußen beim Spaziergang zu einem anderen Hund gesagt hat, oh, du Armer, du kommst ja gerade aus dem Tierschutz, ja, was hast du denn erlebt? Erzähl doch mal deine Geschichte, wo du hergekommen bist. Das machen Hunde untereinander nicht. Also, nur Menschen gehen hin und sagen, oh, der Arme, der kommt aus dem Tierschutz, der hat aber Angst. Oh, meine Güte, da müssen wir aber jetzt Rücksicht drauf nehmen. Hunde sagen einfach, hey, da bist du, sei so, wie du bist. Die zweite Regel, Sozialisierung. Wie bekomme ich einen Auslandstierschutzhund dahin, dass er stabiler wird, dass er souveräner wird? Meistens haben diese Hunde ja Geschichte hinter sich, auf die wir nicht eingehen sollten, aber wir sollten ihre Stärken fördern. Bringt sie mit souveränen Hunden in Kontakt. Gerade souveräne Hunde haben eine wundervolle Energie für Hunde aus dem Tierschutz im Gepäck und können diesen immer wieder helfen, stabiler, souveräner zu werden. Sozialisiert sie auch mit fremden Menschen. Sozialisiert sie auch mit Kindern. Schaut einfach, wie die Hunde reagieren, aber überfordert sie nicht. Gebt ihnen die Zeit, langsam im neuen Zuhause anzukommen. Auch die Spaziergänge sollten erstmal nur im Umfeld des häuslichen Bereichs liegen. Also geht nicht jeden Tag immer wieder fünf Kilometer irgendwo anders spazieren, denn der Hund braucht erstmal die Gewissheit, ich habe ein neues Zuhause. Wenn er ihn überfordert mit immer neuen Orten, dann weiß er nicht, wo sein Zuhause ist. Und beim Spaziergang bitte darauf achten, sichert den Hund ausreichend mit Geschirr und Halsband. Am besten so sicher, dass er nicht weglaufen kann, wenn beispielsweise eine Schrecksituation für den Hund aufkommt. Der dritte Punkt. Gerade bei Situationen im Alltag kann es passieren, dass der Hund völlig überfordert reagiert. Dass er panisch reagiert. Ein kleines Beispiel. Ihr geht spazieren und an der Straße hupt ein LKW extrem laut. Der Hund erschreckt sich, reißt sich aus dem Halsband und haut ab. Wenn der Hund gerade erst ein paar Tage bei euch ist, kann es euch passieren, dass er nicht weiß, wo er hinlaufen soll. In Panik passiert dann im schlimmsten Fall ein Unfall. Also langsam an neue Situationen gewöhnen und den Hund nicht in eine Käseglocke stecken, sondern ihm immer wieder neue Außenreize geben und ihm zeigen, hey, es ist völlig normal, dass hier ein Mülleimer steht, dass die Plastiktüte mal im Wind flattert oder dass mal ein LKW vorbeikommt. Nur achtet darauf, dass ihr euren Hund nicht überfordert. Das beste Beispiel für Hunde ankommen lassen kann ich euch aus meiner eigenen Erfahrung erzählen. Meine Hündin Ömmi ist sieben Jahre in der Smeura im Tierheim in Rumänien gewesen. Da hat sie sieben Jahre in einem Zwinger gesessen. Unvorstellbar. Dann kam sie hier an und natürlich hatte ich erstmal dieses Gefühl, jetzt muss sie aber ein besonders gutes Zuhause bekommen. Ich müsste sie ja jetzt eigentlich mit Geschenken zuschütten, mit Liebe zuschütten. Alles für sie tun, damit es ihr endlich, endlich gut geht. Da ich aber weiß, dass das ziemlich kontraproduktiv sein kann, habe ich sie einfach in Ruhe gelassen. Sie kam an, sie legte sich und wollte einfach erstmal nur schlafen. Ja Leute, sie wollte nur schlafen. Warum? Wenn man unter 7000 Hunden in einem Tierheim ist, wo man keine Ruhe findet, wo die Hunde permanent bellen, wo auch Angst ein Thema ist, hatte Ömmi erstmal das Gefühl von durchatmen, ankommen. Irgendwann hat sie selber entschieden, ach, jetzt gehe ich auch mal oben ins Schlafzimmer. Jetzt gehe ich mir mal alle Bereiche im Haus angucken und ich habe ihr die Möglichkeit gegeben, sich so zu entfalten, wie sie wollte. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Wenn ihr merkt, ihr kommt mit einem Auslandstierschutz an eure Grenzen, bitte habt Geduld. Es sind die tollsten Hunde, die in euer Leben kommen. Es sind genau diese Seelenhunde, die euch begleiten, damit ihr an ihnen wachsen könnt. Die Herausforderung, die euch ein Tierschutzhund bietet, ist für euch die Möglichkeit, mit ihm zusammen eine wundervolle Reise zu gehen. Hunde aus dem Auslandstierschutz sind die schönsten Hunde. Und das ist für mich meine persönliche Einstellung. Ich habe schon immer Hunde aus dem Tierschutz gehabt und sie haben mein Leben immer wieder bereichert. Also habt bitte Geduld, behaltet die Nerven, bleibt ruhig. Seid aber auch konsequent, wenn es heißt, hey, es gibt ein Nein, es gibt ein Ja. Und begegnet diesen Hunden wie allen anderen Hunden immer mit eurem Herzen. Ich bedanke mich, dass ihr mich heute wieder begleitet habt, dass ihr heute wieder dabei wart. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seht mich, ich sehe euch beim nächsten Mal.